Das ist easy, guck mal, so, zack. Oh nee! Und, ah, fast. Ihr legt mich doch. Siehst du, wir haben ja gerade, Adriane. Hä? Du hast halt genau richtig geschossen. Ja. Ah, ein Augenblick. Ich werde hier kurz überraufziehen. Ich hatte etwas Glück. Oh, 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 oh. Oh, da, da, da. Was warst du da? Tja, frisch ist fast. Da liegst du ein bisschen kacke. Frisch ist. Nicht normal. Hui, Bibi. Kennt ihr noch die Dinos? Der sagt halt immer, nicht die Mama. Ja, nicht die Mama. Haben wir als DVD. So geil. Ja. Ja, supergeil, die Dinos. Hat Frosius mal als DVD ergattern können? Die ist doch bestimmt mittlerweile teuer, gell? Ja. Das ist genauso wie Shipp und Shipp und Shipp und Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Sorry. Falls dir das noch was sagt. Alles gut. Ja klar, die habe ich auf dem Server liegen als Kopie, aber original nicht. Wir haben es tatsächlich original, aber war glaube ich auch schweineteuer. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt noch bekommt inzwischen. Ich guck mal gerade bei... Es geht um die Serien wie die Dinos, Shipp und Shipp und so, weil wir die Originale haben. Davon. Jim Shipp DVD Shopping. Ach komm. Die gibt es für 10 Euro Collection 1 bei Mediwops. Oder 13 Euro, drei DVDs. Ja, geht. Das ist zwar jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, sondern andere war Shipp und Shipp und die Dinos. Die Dinos. Die Dinos. Haben wir die komplette Serie? Weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich nicht. Ich könnte mich jetzt umdrehen, aber ich habe Angst, dass ich mein Glas umstoße. Oh, die ist ganz günstig. Die komplette DVD-Box bei den Dinos kostet 20 Euro, ja? Ach. Ist okay. Mediamarkt sogar. Okay. Mediamarkt, 1899. Ich sehe nichts. Ich bin hinter dir. Okay. Ach, du Arsch, ich muss weiterspielen. Ich muss weiterspielen. Nein. Ja, das wäre schlau. Ach, da ist das Loch. Gott sei Dank nicht mehr. Wirklich verschissen? Ui, Birdie. Birdie, Birdie. Oh, nein. So, wenn ich jetzt auch drinne. Jo. Gottes Willen. Herrlich. Herrlich. Trockner von Bosch. Sehr geil. Den findest du gut, ne? Natürlich. Nämlich Trockner von Bosch. Das Haar ist silent. What? Wie geil. So, okay, Django Unchained. Oh, den musst du ganz dezent. Weitere kurz. Also wir gehen ganz gut auf dem Spiel. Das wird jetzt schon so. Wer muss was? Ah. War ich der letzte? Nee. Nee. Miele. Miele. Nee, nee. Der Trockner kommt gleich noch rein. Der Trockner. Der Trockner muss noch seine Schäfchen ins Trockne machen. So, neun. Ist dein Profilbild eigentlich aus Counter-Strike? Ja. Von Nintendo. Mit einer Nintendo. Ich glaub, das ist eine Wii Remote oder so. Ja. Huch. Sorry. Bin gleich wieder weg. Huch. Bin ich hier richtig? Bin ich denn hier? Bin ich hier? Guck mal. Hallo? Hä? Ist bei dir auch, dass alles automatisch geht? Ja. Bei mir auch? Jetzt nicht mehr. Jetzt lieg ich hier. Ah, ich bin drin. Robin One. Irgendeiner hat mich geschubst. Also, one in one nicht. Werd ich nicht haben, aber irgendeiner hat mich da gerade... Ich auch nicht. Oh, Condor. Oh, okay. Gut. Einer hinter mir? Was machst du nicht? Ah, hier muss ich lang. Sego kommt doch irgendwann irgendwie irgendwo. Jetzt bin ich rausgeflogen. Nein. Ah, da. Jetzt aber. Ah, da bist du. Da bist du. Du, 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 du. 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 So. Mann, jetzt hast du nur... Okay, das verdient mal den Namen Rollercoaster. Ah, du bist drin. Ja. Das ging ja schnell. Und wir sind bei der Hälfte der Löcher angekommen. Oh Gott Beinein, beinein Ihr müsst da volle Pulle draufhauen Dann seid ihr genau daneben Oh nein Hast du auf mich gehört? Ja, schon das zweite Mal Wohin müssten wir? Ich weiß es, ich weiß es Aber anfangen in die Regenrinde von dem Haus Aber du müsstest dafür putzen Okay, ich seh's gerade Ich hab zweimal volle Pulle Ne, Tor Oh, sorry, mir hört sonst nie jemand zu Warum bastelt das? Ich kenne die von zu Hause So, äh Ey, sehr umgekehrt Hä, wo muss man denn hier hin? Du musst einmal komplett übers Feld Ah, ich seh Einmal an den, äh Genau Wie kannst du springen? Mit Leertaste Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, dass du das anhast Oh, Entschuldigung Das hätten wir vielleicht mal irgendwie erwähnen sollen Sorry Oh, endlich Da hat die springen dann Das macht ja vieles einfacher Dann gewinne ich jetzt Ui Oh Wieder auf Eis gelegt Okay Holiday of Golf Du bist einfach nur zwei Minuten satt Und, äh Bei Burger King Dann, das hält wenigstens so zwei Stunden oder so Ja Ja Also zumindest doppelt so lang wie Meckels Also vier Minuten auf jeden Fall Ja Gefühlt fünf Okay Oh nein Wohin wissen wir Ich glaub, der Secret ist die Spitze Ja Höchstwahrscheinlich So wie ich dieses Spiel kenne Ja Und Liebe Es gibt Es ist ein gutes Spiel Aber es ist definitiv nicht mein Go-To Außer mal Wenn ich Also sagen wir so Außerhalb Nein Das ist sowieso nicht geschafft Deine Aria Ach komm Ich war knapp dran, ey Ja Du warst gerade dabei Du warst gerade dabei Wieder zurück Nein, war ich nicht Doch Nein, war ich nicht So, ich bin dran Und wo bleibst du? Ich werde schon wieder nicht erster Was stimmt denn mit mir heute nicht? Naja Du hast immer noch Ich trinke heute keinen Hörner-Whisky Stimmt Du hast immer noch die Nachwirkung Ja und ich trinke heute keinen Hörner-Whisky Stimmt Auch so, ne? Zielwasser Zielwasser Ja, richtig Zielwasser Ich hab Zielwasser getrunken Really? Jo Guck mal, der Brunnen ist das Ziel Hui Ja, schütz dich mal Huiuiuiui Nein Schau mal, dass das nicht das Ziel ist Doch, der Brunnen ist das Ziel Ja, der Brunnen ist das Ziel Aber ich mein Hab jetzt die da Nicht da, wo du hingefallen bist Wahrscheinlich Oh Hä, da muss man gar nicht springen Da geht einfach straight rein, ne? Du kannst vom Start aus Ohne springen Straight rein Ah, okay Ah gut, mitspringen geht natürlich auch Yes Und auch da noch Was ist Hanna? Nein Was ist denn Hanna? Wer den Kopf haut? Verdadung, die Spenster Dein Großvater, der, 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 wovor 16 gestorben ist, vielleicht was weiß ich Die Kopf haut Ich hör dich da oben lachen Ich glaube, er schätzt und so hat er, dass ich gemütet sitze Ja, natürlich Hä? Bin ich gemütet? Nein, ich hab dich aber oben lachen hören Ja, der mutet automatisch diese schrillen Sachen, weißt du doch Ja, du bist schrill, das weiß ich Was, wieso geh ich wieder am Anfang zurück? Weil du rausgeflogen bist, schätzungsweise Nein, ich hab zu stark geschlagen, da fliegt der rückwärts auf der Rante Okay Das ist interessant Opa Sorry Thanks, no, it's okay Boink Boink, 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 boink Bis ans Grüne oder mehr? Uha Ähm Bis in die Unendlichkeit, ah ja, okay Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter Nein Wo wir lang müssen In die, in die Loch Das ist aber mies Das ist richtig mies Oh Oh, nee War halt frisch vom Faust Jo, da haut der Ding direkt da rein, wie so ein Weltmeister Boink 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 Der Trockner Der Trockner Miela Ah, nicht ganz Wer hat mich da aus der Web Map gefeffert? Ich glaub ich war's Wer hat mich Du kleines die kleine kam kann ich habe das essen gefurzt ich bin einfach rüber gesprungen ja siehst du machst immer alles kaputt war schon früher so sind einmal rüber gesprungen zack war alles kaputt ja ich verstehe ich bin auf der pfeffer na Mist ist es nicht einfach hier mit dem Schmack ist daran zu wenig sprungen jetzt kann ich Atriane nämlich als Bande benutzen jetzt bleibt doch mal stehen auch nicht geht doch nicht einfach weg Atriane ist wieder da, da ist meine Bande, guck geht nicht geht nicht da ist sie wieder so jetzt aber geschafft und wohin um die Ecke ich schaff das gar nicht geschafft so ich bin mal ich bin beim äh ich hab keine Strokes mehr ja Hör auf hör auf nochmal das kann doch nicht wahr sein wegen die Verbruch immer Eric wartest du gefälligst mal er hat sie jetzt den Schlammanzug an ach jetzt jetzt aber und eingelaufen jetzt hin hä wir müssen wieder den schlag machen da oh los los ich zu doll ui ja okay dann noch noch sechs ne noch sechs sag ich da noch drei Löcher fällt mir gerade so offen wenn wir fertig sind so da ist drin und so sechstehntes Loch meine Damen und Herren oh ne ne ok wo müssen wir ok ich sehe schon wo wir lang müssen speckgero hängt hier wieder rum wie immer speckgero kriegt nichts hin wie immer hast du auch nen ähm ähm glas voll Dreck ja ich hab'n glas für Dreck ich hab'n glas für Dreck und das ganze ohne einen Tropfen rum und äh soll ich raten was da drin ist spaghetti rum uaah rum der rum Fingerreis ach nö ne was ist denn jetzt los das das sind Fragen die wir uns alle stellen ne jawoll Alter was machst du denn da das weißt du da bist du ganz gemütlich beim Golfspielen da ist so ein Fass an dir vorbei ja dafür ist er bekannt was ah hier jetzt du bist ja immer noch ein zweiter obwohl du nix kannst tschuldigung oh der neue hat auf jeden Fall äh vor allen Dingen guck mal welchen Platz hab ich denn ja ich bin letzter saugut oder oh ne wo lieg ich denn dankeschön tschuldigung tschuldigung ich war's das war positiv das war ein echtes ernst gemeintes Dankeschön wuh bitte 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 ich hab's nämlich jetzt durch den ähm wust durch den Ring des Todes durch den Looping des Todes gewinne ich noch na auf jeden Fall bleibe ich erster äh zweiter wollte ich sagen ja das bleibt doch einmal hab ich doch schon gewonnen ne eine Map eine Map hast du heute tatsächlich mal gewonnen ja ja geil warte warte gewinn immer deswegen ja bis auf wenn ich mein gewinner habt ihr nicht schon mal von der Map gelesen wer die meisten Punkte hat gewinnt ja das hat mir scheiße Sio der ewige Sieger ey ja ey gar nicht mal und du der ewige Verlierer hab ich äh bin ich dritter geworden nein da hab ich gefallen komm schon komm schon komm schon ja schön und ich lieg es hat auch hier was mit Glück zu tun ey ja eigentlich ist es relativ streamlined aber ja es hat mehr mit Glück zu tun sagen wir so also zumindest das hier jetzt gerade im Übrigen äh cooler ähm cooler cooler deutsche Flaggenstreifen gefällt mir hm Trockner Trockner das ist so geil Mr. Miele Mr. von Miele Stimmt wir haben zwei von uns Huss ein vom und ein von ja nice ey ja wollen wir noch eine Runde spielen und dann äh machen wir Widget ja würde ich sagen was ist Widget äh so ein Hight and Seek Spiel da sind da ist einer halt ein Jäger der muss dann halt die Hexen suchen und diese Hexen verstecken sich halt und können sich halt in verschiedene ja free to play oder ne ne schade ja 19,99 glaube ich achso genau what ne also ich weiß auch nicht ob ich dabei bin ich muss ja noch ackern heute du kannst doch ich hab vielleicht eine Runde bekommen warum musst du ackern ich muss doch arbeiten ich hab morgen Urlaub also versteh ich nicht wenn du morgen Urlaub passt dann würdest du ja auch nichts mehr machen natürlich ne doch du ja okay aber ich nicht garantiert ne ich auch nicht ne ich würde auch nichts mehr machen und ich würde vielleicht Sachen machen die nur sehr extrem wichtig sind ja ja deswegen fettes Angebot für das Eisenwerk ah ne darf man ja nicht sagen hier ne aber ein fettes Angebot für ein Eisenwerk ein unspezifiziertes Eisenwerk mhm da arbeiten Thorins Leute so gut wenn der Schuppen einem selber gehört ne dann macht man das auch sonntags vor dem Urlaub now I see fire inside the mountain komm mach mal Werbung welcher Schuppen gehört denn dir äh ne kennst du nicht eh gelogen du bist viel zu jung dafür der ist leider weg ist ne kleine Dichtungsbutze Dichtungs wat? ne Dichtungsbutze wir stellen Dichtungen her ah Deutsche Himalienwerke Fabrik äh was? äh ne das ist ein Kunde von mir gibt's den echt noch? ich glaube oder? ich weiß nicht irgendwas mit Emalienwerke irgendwas sagt mir das wie hieß der ja der Typ der die ganz vielen Juden gerettet hat der hat doch in diesem Werk gearbeitet äh ähm wie hieß er nochmal? Schindler Schindler genau aber der war ja der Vorstandsmitglied oder soweit also der hatte was zu sagen irgendwas mit Emalien habe ich einen Grund noch dass der ist weiß ich natürlich nicht äh Trockner ja ich drück ja 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 ich bin bei euch sorry oh ja jetzt ups jetzt aber oh all in one the loop the loop also ist das hier ne Karneval Map oder was? loop 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 di loop loop di loop di rausgefallen hui ihr müsst nicht nur die Mitte treffen auch dann müsst ihr noch das oh das ist das ist ja oder man fliegt daneben und äh macht's auf andere Weise ja so rede ich gerade ja ja geht ja ja geht 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 one hole in one ein sicher ein ach der Trockner von Mele gewinnt noch nicht und wieso zittert das Ding so dermaßen? weil der Angst vor mir hat ja klar warum zittert das? ey wie geil ich hab eine Bahn gewonnen Ich habe eine Bahn gefunden Wie stolz ich bin Da bin ich auch gelandet Was soll ich tun? Du musst genau in die Mitte rein Ich gehe einfach nach oben Das geht auch Hier ist nämlich eine Trichter Wie kommst du da hoch? Wie kommt man da hoch? Mit der Wand darf man Einmal mit der Kappe Einmal mit dem Fall entfolgen Direkt am Start volle Granate Ja Ich bin einfach reingeshampt Einfach Head first Jump around Streamers Smittering Streamers Wet Dream Okay Von dem Streamer Interessant Guck dir mal die Einfach mal letzter Left or right? Right, immer rechts Yo That's racist Nein, was nicht Nee, guck All in one Bam Yo All in two Was soll man machen? Mit diesem Scheiß This is racist Kram könnt ihr mich mal Gerade dick am Popo Danke Weil die größten Rassisten Sitzen nämlich auf der schwarzen Treppe Sorry Weil ich was? Das kapiert nicht ganz Ja, die Amerikaner Sind halt ein bisschen dumm Gut, anderes Thema By the way Ich habe schwarze, gelbe Und bunte Freunde Und blaue Die Schlümpfe Nee, nee, nee Nein, nein Das sind meine Freunde Das sind meine Freunde Die sehe ich immer nachts Warte, du siehst nachts Schlümpfe? Die haben Nee, die Tatsächlich Ich kann es verstehen Ich habe die auch Aber die sind bei mir Körperlos Die ganze Nacht Die ganze Nacht Was geht ab? Wir schlumpfen Die ganze Nacht Die ganze Hey Was geht ab? Alter, was ist das hier Für eine Schanze? Wow I believe I can fly I believe I can touch Das Geige Ja, klar All in one Ich bin gegen irgendeine Unsichtbare Watt geflogen Hole in one Okay, ich lasse das Ja, musst du ja auch mal schaffen Ja, das Das ist das größte Loch der Geschichte Der Map Man kann wunderbar auch daneben fallen Wie man gemerkt hat In meinem Fall Dein Fall Ja, klar, komm Ja, aber man darf da noch nicht mal liegen bleiben Hui Man darf noch nicht mal da liegen bleiben Und schon wieder eine Regenrinne Schaut euch mal die ganzen Map im Ganzen an Ja, das ist ziemlich viel Grün Ziemlich viel im Himmel Ziemlich viel ist übertrieben Ich habe gestern Abend Marples on Stream gespielt Kennt das jemand? Nee, Marples Der Titel sagt mir was aber Cool, also sowieso Die ganz auch Kugeln Die vom als Kind Immer so an die Wand geschnitzt hat Wie nennen wir die Murmeln 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 Und hab schon mitgespielt Dachte ich, okay Letztes Spiel Und da hat 6 GB oder so Nö Und du musst das Ich geh jetzt auch Oh, ich war zu schnell Du musst das Spiel Nur bei dem Streamer mit Total bescheuert Also das ist ein reines Zufallsspiel Du sagst, du willst mitspielen Da laufen die Kugeln aus und völlig Und irgendjemand gewinnt oder verliert Wie liege ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich kann es gewinnen sein Ich bin mir aber nicht sicher So, ich bin jetzt auch dran Und weiß nicht, wen ich berührt habe Mich? Und wie ich hier jetzt liege, ey Ah Nee, ich bin dran Aber nur durch sehr viel Hüpfen Nee Da lag ich ja auch Hüpfen, 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 Hüpfen Nein Das war auch mein Problem Ey Wein diesem Loch bin ich als Letztes Nee, bist du nicht Du bist Letzter Letzter Erster mit Sio zusammen Sio ist Erster, aber es geht nicht Mit dir zusammen Also haben wir Ben schon beider Ey, wie kann ich denn da rausfallen? Wie kann ich denn da rausfallen? If you're completely still You are dick Ich habe mich das von manchen Sachen auch schon gefragt What? Soll ich still sein? What? Ich habe jetzt Pass mal auf Ich brauche jetzt eure Windows-Hilfe Ich habe jetzt eine doppelte Taskleiste Sorry Doch, habe ich Du hast deine Taskleiste Verdoppelt Okay Und, wo ist das Problem? Kannst du runterziehen Kleiner ziehen Okay Ah, danke Okay Okay Hackerman 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 Ich habe es hinbekommen Du wirst gar nicht, dass sowas geht Hatte ich recht? Ja, war richtig Wie geil Du hast doch gesagt Ein echtes Hackerman Hackerman Haben sie schon Neustart versucht? Oh, endlich Oh Gott, ey Was soll? Kamera Und der Trockner ist drinne Der Trockner ist im Loch Das Fass passt nicht, ist zu dick Wo ist die Kamera hier? Die Kamera? Welche Kamera? Woher weiß man sonst, dass ich so fett bin? So, nein, den Fass Ah, ich bin drin Ich bin auch so fett Und jetzt geht's Okay, das ist interessant Ja, es sieht auf jeden Fall nicht sonderlich schwer aus Nö, wieso falle ich denn da runter jetzt? Ja, klar, man darf da nicht liegen bleiben, oder was? Jetzt aber Und geschafft, so Gleich bin ich da Ich nicht Hi, Fröschutz Hallo Hallo Geschafft Du sagst einfach Hallo 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 Wir sind eigentlich im Spalt Große Müffel in der Spalte Wie große Müffel in der Spalte Ja, ich bin da Achso, gut Ich hab mich schon gefragt Ich hatte schon Leichte Aussehnsucht Du hattest Angst Du hattest Angst Ich hatte einen Kurzschluss in der Elektrik Ich hab mich gefreut, wo du bleibst Die Kleine ist total überdreht Und möchte nicht ins Bett Oh boy Die Antwort ist Machst du das und das? Pups Kannst du das bitte wegmachen? Furz Wie teilst du das? Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber Noch nicht Nöp Nöp Hey Außer wenn pelzige Kinder zählen Pelzige? Ja, Tiere Pelzige haben wir ganz viele Hunde und Katzen Ich jetzt weiß, was du meinst Du meinst Du meinst einen echten Pelz Ich dachte, das ist auf den Zähnen Nee Yay Oh boy Nee, wir haben ein Kaninchen Drei Kater Einen Hund Fische Krebse Wie du hast ein Kaninchen? Und ich hab Hunger Ja Gibt's nicht Toll Und auch Außer wenn du bist Ah, was soll's Warum ist eigentlich noch keiner mit Ah Oh Nein, 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 nein Los rein Komm, Baby, komm Den verbrauch ich nicht Denk ihr hier ist hole in one Ding? Ich hab erst zwei hole ins geschafft Nee, es ist ein Streamers Red Dream Okay Ich weiß nicht, wer von sowas träumt, aber hey Weiß ich nicht Oh, ich glaub, ich glaub, der Hund muss mal Oh Gott, oh Gott Dann Raus raus Oder halt wenigstens Halt wenigstens die Hand drunter Ich mach nicht gerade Was? Echt? Cool Guter Junge Ja, pendel laut Ist das dieselbe Map wie eben, oder? Nö, ist ne andere Das ist ne andere Alle hintereinander Hi Leute, ich bin der Erste Yay Die Ersten werden die Letzten sein Ah, was hast du gerade gesagt? Ich bin die Erste Ich bin die Erste, Digga Oh, krass Ich war gestern Schule, da hab ich gelernt Nix Hab ich gelernt So, hole in one Yes Bist du gesprungen, Eidaria? Nein Äh, nein Nein, ich bin wirklich nicht gesprungen So, ich geh mal ganz kurz mit dem Hund vor die Tür Ich bin sofort wieder da Dauert eine Minute Eins Kauft den längeren Leinen weg Drei Jetzt im Ehrenzug ne längere Leine kaufen Tür auf, Hund raus Leine festhalten Sobald er geschissen hat Zack Reinert Nö Das ist gut, dass wir am Garten Och, das gibt's nicht, ey Ja Jetzt bin ich auch drin So, würde ich sagen, bei der nächsten Map Warten wir, bis sie zurück sind oder spielen wir weiter? Äh, wir spielen jetzt einfach weiter Wenn wir alle die Zeit ablaufen lassen, bleibt nämlich Für alle fair Er kommt, meine ich, schon zurück Wir warten wenigstens auf einen Wenigstens einen Wir müssen wieder da sein Ich höre da oben was trappeln Wie? Ja Wohne ihr am Haus, oder? Ja Achso Wir haben, äh, ja Wir, wir wohnen zusammen Wir haben doch dieselben Hunde, gell? Glitz in the middle Ja, sozusagen Boink Boink Und Aus So, was war das Thema? Ey, Hunde Und dass wir zusammen wohnen Ah Warte, wer von euch, wer wohnt mit denen zusammen? Das weißt du, wer mit wem zusammen wohnt Ja, ich weiß aber Was? Ich war gerade etwas verwirrt so Naja, wir wohnen nicht zusammen Ja Ich auch nicht Also ist die Antwort der Frage Der Hund Und der Hund Der Hund Der Hund Und, und, und Und Aldaria So, jetzt auch geschafft Nicht nur der Hund Auch Aldaria gehört dazu Weißt du so schnell mit dem Hund raus? Ist das so ein Blitzkacker, oder was? Die muss noch Pipi Die, 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 die muss nicht kacken Die muss immer noch Pinke Guck mal, direkt in den Klo rein Zack Nein Ja, leider nicht ganz geklappt Ach, geh kacken Egal so Geschafft Ja, das war echt problemlos eben mit der Kleinen Ich hab übrigens Ich hab übrigens Sonnenbrannt, ne? Echt? Ja, wir haben 17 Grad Dann bleibst du den ganzen Tag draußen Denkst an nichts Böses Kommst heim Hast du an der Stelle die offene Licht Also am Hals zum Beispiel Sonnenbrannt 17 Grad waren schön Wohin muss ich? Oh, jetzt hab ich's geschafft Loop crazy Nein, 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 nein 10 Grad hatten wir heute 10 oder 11 hatten wir hier 11 Grad? Ne, wir hatten heute 17, 18 Grad Äh, ne, wir leider nicht Wir schwonen, ähm, direkt an der, äh, luxemburgischen Grenze Ach da Oh, vom Dialekt hätte ich dich auf der anderen Seite Deutschlands, äh, vermutet Echt? Wo denn? Äh, im Osten Blitting Fun? Was? Ihr habt doch die Bäm Die was? Die was? Ne, auf keinen Fall Auf keinen Fall Ne, ich find's schön da Ich würde auch gerne wohnen Weil die, 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 die hat das schön Oh, Leo, Leo Kein Problem damit Och, echt jetzt, fass Was denn? Ich hab grad den Kater abgehalten, um ins Bett zu springen Ich hab nix mitgekommen Du hast, das, das hole in one, was du gerade hattest Ist, weil ich dich reingeschubst habe Ah, danke dir, Miele, super Geil, natürlich No Power Hitting No Power Hitting No Power Hitting Okay Jetzt ist meine Status Jetzt ist meine Taskleiste, jetzt ist meine Taskleiste, jetzt ist meine Taskleiste rechts an der Wand Was? Was? Hast du nen Projekte, oder was? Nein, an der Monitor Jetzt, jetzt, jetzt ist die 6 Meter, das ist 8% vom Bild Das hatten wir doch schon Ja, aber jetzt mal anders Das ist genau das gleiche wie vorher Das ist genau das gleiche Aber anders Und One in one Ne, hast nicht Oh, du gehst nicht Wie geht das denn? Ja, freu ich mich auch Indem ich Glück habe Oh, da hätt ich doll erschlagen sollen Du hast garantiert ne sexuelle Beziehung zum Entwickler dieses Spiels What? Bro Bro Menschenentwicklerinnen Erstens Und nein Ja, wohl Entwicklerinnen Genau Was denn? Es gibt Entwicklerinnen Ja, ja, natürlich Ja, Entschuldigung Hallo? Was? Was? Was unterstellst du mir hier? Man, ich hab's eben gesagt Es gibt Entwicklerinnen So, es gibt Entwicklerinnen Frau, ich bin das genauso gut wie Okay, ja Nein Wie soll man da reinkommen? Hier über die Bande links Genau Ins Fass Hui Ah, damit kenne ich mich aus Wollt grad sagen, Frischlöster Solltest du dich doch am besten auskennen Und Treffer Oh, ich bin erstens Ich bin erstens Aber du bist doch das Letzte So, jetzt bin ich auch Nein, so gehen das auch Ja, du bist erst her Ja, erstens Du bist erst her Esther Ich bin erst her Du bist erst her Ja klar Jetzt ist meine Leiste oben Wieso verschwindet meine Leiste denn die ganze Zeit? Wieso ist sie denn jetzt oben? Ah, diese Leisten Der ist mein Herz Vielleicht den Leistenbruch Oh, hatte ich schon Boris Becker auch Ah, nee, war Penisbruch Entschuldigung Wollte ich grad sagen Hat er sich nicht den Pimmel gebrochen? Ja, bei der schwarzen, oder? Ja, ich glaube Kann man sich wirklich den Penis? Ich, 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 ich wollt grad fragen Geht das wirklich? Natürlich Ja, das geht Keine Ahnung Ich hab noch nie einen gebrochen Nur bei den Kleinen Wie, du hast noch nie einen gebrochen? Ich seh schon, was die Idee ist Ich bin grad von der Map gefallen Nur den Kleinen Roll, roll, roll Roll, roll, roll Wie habt ihr's denn da rein geschafft? Mit einer Menge Fantasie In den Trichter In den Trichter, ja, ich hab's gar nicht in den Trichter geschafft Okay, wo sind wir jetzt hier? Da bin ich jetzt Oh, ich bin wieder in der Ring Da kommt, da kommt, da kommt Lass mich mal holen Juhu, mein Holen Oh, nee, wir haben wieder Wir haben Gleichstand Ach, leg's mir doch Leg's mir doch am Ohr, stopp Na, wenn's mir trotzdem erst Das war mit dir, aber ich bin erst Ich mein, Dialekt ist Ostdeutsch Lockout Also, der ist neu Hab ich echt gedacht Gefällt mir Gefällt dir? Ja, doch, doch Gefällt mir Zweite Runde Und ich hab die aus Die Flagge von Österreich bekommen Alpha Bitch Oh, Österreich ist doch geil Fass und Astria Adria haben erst Platz Wir abonnieren uns Oh, trembieren uns